Ja hallo, heute sind wir in Rotorua, wo wir uns die Geysire anschauen. Wir sollen ja zwei oder drei Szenen von unserem Film spielen. Das hier wäre jetzt zum Beispiel ein guter Platz, da könnten wir die zwei Leute hier hinstellen so. Und dann hätten wir hinten die Geysire und Regenehmigung haben wir schon besprochen, kriegen wir auch. Also hier dampft es und brodelt es immer, da braucht man gar nichts weiter machen. Die Erde ist heiß unter uns und da kommen die Dämpfe heraus. Bitteschön, meld mich wieder. Bitteschön, meld mich wieder.